Herr Rotten? Was ist jetzt? Machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Das ist nicht gerade der ideale Treffpunkt. Haben Sie das Geld dabei? Natürlich. 50.000, wie vereinbart. Und Sie? Was ist eigentlich mit der ersten Version des Geständnisses? Ich möchte umgehen als Zweifassungen kursieren. Keine Sorge, die hat Saalfeld vernichtet. Wieso sollte ich nicht gleich Beatrice Hofer beschuldigen? Manchmal muss man über Bande spielen. Was? Sie verschwinden jetzt von der Bildfläche. Ich will Sie ja nicht mehr sehen. Morgen früh bin ich auf dem Weg nach Thailand. Starte ein neues Leben. Gute Reise. Sie setzen doch nicht die Bullen auf mich an, oder? Nein. Ich halte mein Wort. Keine Polizei, keine Anzeige. Dann sind Sie mit dran. Das ist eine reine Familienangelegenheit. Das wäre für uns beide das Beste. Das wäre für uns beide. Das wäre für uns beide. Das wäre für uns beide.